Endlich gibt es wieder eine neue Ausgabe von Pahns Blick auf die Welt. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, heute wieder mit einer Sonderfolge Pahns Blick auf die Welt. Pan ist ein Junge, ein ganz normaler Junge, der auf dem Bauernhof lebt. Jetzt guckt er mich ganz kritisch an, es ist kein Bauernhof. Es ist ein Tierland. Sozusagen, hier leben ganz viele Tiere, nämlich? Kühe, also wir haben keine Kühe, unsere Nachbarn haben Kühe. Hunde, Katzen, Hühner, das war's. Und heute geht es um Katzen, denn neulich, als Pan nach Hause gekommen ist, da hast du keine normalen Katzen gefunden, sondern ganz besondere Katzen. Willst du das mal erzählen? Das war, glaube ich, ein Tag, ne, doch, ein Tag, ne, am Ostern war das, ich glaube, um 10 Uhr, glaube, am Ostern, also am Ostersonntag. Und da habe ich in meinem Zimmer was angeschaut, ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann mal so Miau, Miau, Miau gehört. Und dann konnte ich es nicht irgendwie reinschätzen, habe ich es mir eingewildert oder so. Dann bin ich irgendwann mal hoch auf mein Bett gegangen, also ich habe ein Hochbett. Und dann lagten da einfach fünf Babykatzen von Findusti, also die Mutter. Ja. Mit der Mama zusammen? Mit der Mama zusammen, auf meiner Bettdecke, in meinem Bett. Und wie groß waren die? Ähm, schon relativ klein. So groß wie ein Schokoriegel? Ja, also ein bisschen kleiner. Wow. Wenn so Katzenbabys im Haus sind, ist das ja nicht nur schrecklich süß, sondern man stellt sich auch so Fragen, wo kommen die her, wie lang ist so eine Katze überhaupt schwanger, was passiert mit den Katzen dann? Und die kleinen Katzen haben ja so Besonderheiten, die kommen ja auf die Welt und haben die Augen zu, ne, am Anfang. Wie ist denn das eigentlich mit dieser Schwangerschaft der Katze? Wie lange dauert denn das? Also eigentlich relativ dauert das 65 Tage. Also die Katzen sind halt 65 Tage schwanger. Also zwei Monate ungefähr, ein bisschen über zwei Monate, ja. Ja, und die war jetzt, glaube ich, auch zwei Monate schwanger. Und ja, dann hat sie sich rausgepresst. Und dann, als die Katzen auf die Welt kamen, waren die Augen zu und als du sie gesehen hast, waren sie da auch noch zu? Ja, die Augen waren zu. Die waren, glaube ich, erst zwei oder einen Tag alt. Das war schon zwei, das war schon drei. Ja. Und wie ist das denn mit den Augen der Katzen? Wann machen denn die kleinen Katzenbabys die Äuglein auf? Nach zehn Tagen, aber nach vier Wochen können die Kitten, also die Katzenbabys, nicht richtig sehen erst. Und wie geht es dann weiter? Also was passiert denn irgendwie später, wenn sie größer werden? Dann werden sie ja zu Katzen. Und dann brauchen sie auch eigenes Futter, weil jetzt kriegen die ja noch gar kein Futter, ne? Ne, die kriegen von der Katze Milch. Die hat ja sitzen, acht Stück müsste sie eigentlich haben. Und ja, wenn sie ein bisschen groß sind, ungefähr ein paar Wochen alt, ja, ab vier Wochen eigentlich, ja. Wie ist es so, wenn du jetzt dein Zimmer mit, wie viele Katzenbabys sind es denn? Fünf Stück. Also wenn du dein Zimmer jetzt mit fünf Katzenbabys und findest du sie also der Katzenmama teilst und du hast ja noch ein Tier, du hast ja noch einen Hasen bei dir im Zimmer. Wie fühlt sich das an? Wie ein kleiner Zoo, ne? Ja, schon wie ein mini, mini, mini kleiner Zoo. Und beschreib mal die Katzenbabys, wie sehen die denn jetzt genau aus? Also jetzt sind sie schon größer, ist ja schon, keine Ahnung, wie viele Wochen her. Ja, ein paar auf jeden Fall. Aha. Und ja, dann, die sind jetzt halt, also eine ist so leicht rötlich, weiß-grau, die anderen sind weiß-grau, weiß-grau und grau, weiß-schwarz, ja. Und wie groß? Keine Ahnung, schon größer als im Kinderriegel. Okay, so groß wie deine Hand? Kleiner. Okay. Jetzt interessiert uns natürlich, ob ihr auch schon mal mit Katzenbabys, Hundebabys, Küken von Hühnern, Babyfischen und ich weiß nicht, was kann man noch für Tiere zuhause haben? Haufenbabys. Wie habt ihr das denn mit den Babys erlebt? Wart ihr vielleicht schon mal bei einer Geburt mit dabei von einem Katzenbaby, Hundebaby oder Hundewelpen oder ähnliches? Sagt uns doch mal Bescheid, Pan und ich. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Das geht per WhatsApp an 01525 1796813 oder per E-Mail an marco.abinsbett.net. Und das macht ihr bitte mit den Eltern gemeinsam. Haben wir sonst noch Dinge, die wir von den Kindern wissen wollen? Ich will noch was sagen, also nichts für die Kinder. Und zwar, wir könnten ja vielleicht auch die Größen mal in, keine Ahnung, also schicken. Die Größen der Katzen? Ja, der Katzenbabys schicken euch halt, ich glaube, in Instagram. Das können wir vielleicht mal machen. Das ist eine ganz gute Idee. Also vielleicht schaut ihr mal auf Instagram vorbei. Wenn es passt, dann laden wir da ein paar Bilder mal von den Katzenbabys hoch. Genau. Und dann bis bald.